Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Hero Zero. Mein Charakter ist Stufe 290 gestern geworden. Und ich hab einen neuen Begleiter, der heißt Brutus. Aber ich nenne ihn jetzt um. Ich lass ihn einfach... Ähm... Was gibt's denn so für Namen? Ich glaube, ich lass ihn... Hil... Go. Hil... Hilgo. Ich nenne ihn Hilgo. Keine Ahnung warum, da ist mir grad eingefangen, der Hilgo. So, wir haben ein paar neue Sachen, die ich gleich erzähle. Aber erstmal mach ich... Ah, ich hab hier 867. Ne, okay, das ist schlechter. So viele Kondi-Sachen, 866 beides. Guck ich mal, 866. Ne, okay, die sind alle schlechter im Second-Hand-Shop. Die Mission ist grad fertig. So. Dann mach ich mal noch eine ganz lange Mission oder auch nicht. Ich muss halt grad suchen. Heute hat wieder die Schule angefangen für mich. Was richtig doof ist, weil ich nicht Schule mag. Könnt ihr mich ja verstehen. Und... Ja, in unserem Team... Läuft's grad nicht so gut. Weil ein Mr. Rapid Miner... Also eigentlich der echte Rapid Miner... Der echte Rapid Miner hat den Account dem Juli gegeben. Weil er nicht mehr gespielt hat. Zum Spielen. Und... Nur unter der Bedingung, dass er in unserem Team bleibt. Und jetzt hat er einfach das Passwort geändert. Und die E-Mail-Adresse. Und jetzt spielt der Juli-Aka Rapid Miner... Für Legends of Heroes. Das Team, was ich am allermeisten hasse. Wegen einer Person. Einer Person. Und die Person ist Stinkstiefel. Er wirbt bei uns... Jeden Tag ab. Jeden Tag. Und es reicht auch langsam. Und er hat letztens sogar... Hero Legend abgeworben. Und weil Hero Legend nicht angenommen hat... Wurde er dreimal angegriffen von ihm. In der Liga. In der Liga, ja. In der Liga greift man eigentlich einmal normal an. Und dann... War's das. Aber doch nicht dreimal. Also... Das ist unglaublich. Und er lässt es auch nicht. Der hat mindestens schon einen sechs, sieben Mal abgeworben. Das nervt. Ach ja. Und der Timo HZ, der ist leider auch nicht mehr im Team. Weil... Ich kann mal ja gucken. Der Name existiert nicht mehr. Das heißt, er wurde gelöscht. Und von wem wurde er gelöscht? Natürlich von einem, der die Account Daten hat. Und der Einzige, der die Account Daten hatte außer ihm, war... Juli, aka Rapid Miner. Das heißt, dass er den Account gelöscht hat. Supi. Also einmal hat er den Account gestohlen. Und ist in ein anderes Team gegangen. Und zweitens hat er auch noch... Den Account von Timo HZ gelöscht. Also... Und nein, es muss er gewesen sein. Weil kein anderer die Daten von Timo HZ hatte. Außer ihm. Ich wiederhole. Kein anderer. Das heißt, dass Timo HZ gelöscht worden ist von Rapid Miner. Der in Legends of Heroes ist. Und ich versuche... Heute den Support damit anzuschreiben. Weil sowas ist scheiße, wenn man einen löscht. Und ich versuche, den Account wiederzukriegen von Rapid Miner. Also nicht ich, sondern mein Freund. Der echte Rapid Miner. Der hat auch den Support angeschrieben. Das geht so wirklich nicht. Also... Ich hasse Juli. Wirklich. Mann, ich hasse so Leute, die Accounts löschen. Das kotzt mich sowas von an. Und ich werde alles dafür tun, dass Timo HZ wieder seinen Account bekommt. Auch wenn er gelöscht ist. Das können die ja noch zwei Tage davor machen. Weil... Ich könnte so Leute erwürgen. Oh! Mann, Mann, Mann. Das ist unglaublich. Jetzt sind zwei Leute raus wiegen einer Person. Die sowas getan hat. Jetzt sind wir nur noch 28. Weil... Ja, jemand dazugekommen ist, der... TTO 12. Ja, der ist neu dazubekommen. Naja, also das regt mich grad wirklich auf. Und mehr dazu kann ich einfach nicht sagen. Außer Schande. Schande über dich. Dass Leute sowas tun, das ist schon... Hallo, wenn man sich vorstellt. Der war... Über 200. Das kann man nicht in einer Woche machen. Der war 240 sogar oder 50 sogar schon. Oder nee. Ja doch, ungefähr so 230er Bereich. Wenn man schon so ein hohes Level hat. Und dann der Account gelöscht wird, ne. Da kommt mir der Qualm bis zu den Ohren. Das ist unglaublich. Ich hasse so Menschen, die einen Account nehmen. Passwort ändern. Und dann selber spielen. Oder den Account löschen. Das ist auch noch schlimmer. Weil ich hatte das damals auf Surfer 7 so. Dass mein Account gelöscht worden ist. Und ich bin ausgerastet. Aber was kann man da machen? Da kann man nichts machen. Außer man schreibt den Supporter an. Dann geht's vielleicht. Aber der Supporter schreibt erst in 2, 3, 4... 4, 5. Vielleicht auch später. Also der lässt sich lange Zeit, bis der antwortet. Der Supporter. Man, ich bin gerade genervt. Wir haben auch gleich am ersten Schultag die Hausaufgaben aufbekommen. Und das ist ja unglaublich. Wir sind Platz 6 in den Teams. Ganz okay. Und im Wohrenturnier bin ich Platz... 44. Sehr schön. Und ich hab noch... Ich hab erst einmal nachgefüllt. Das heißt, ich hab noch 177 Energie. Passt doch. Ich kann ja dann noch dreimal nachfüllen. Und dann hoffentlich ist auch mein Hilgo dann. Level 4 oder 5 kommt er heute. Ja, das kommt er locker. Und ich hab auch bald die 100 Millionen geknackt. Ich hab schon 82 Millionen. Dauert lange, aber es lohnt sich. Denn man kriegt sehr viele Heldentaten. Und ich hab ja schon 6. Und alle geben Erfahrung. Und eines Tages löse ich alle ein. Und dann bin ich auf Platz... Piu. Eins. Und keiner überholt mich. Und dann krieg ich auch meine Donuts. Weil ich krieg... Wie viel kriegt man auf dem ersten Platz? 75 Donuts. Das ist nicht schlecht. Das ist richtig gut eigentlich. Wenn man halt jetzt kein Donutspieler ist. Also ich hab mir früher Donuts gekauft. Ab einer kurzen Zeit nicht mehr so viel. Ne, ich kauf mir eigentlich keine Donuts mehr. Ich krieg die eher geschenkt von manchen. Naja, von allem. Aber das ist jetzt nicht der Rede wert. So. Jetzt mach ich noch ne Mission. Mhm. Also... Äh... Wenn ihr dazu was zu sagen habt. Wie ihr so Hacker findet. Könntet ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Also ich hasse Hacker. Und besonders die, die lügen. Aber ich sag dazu jetzt gar nichts mehr. Ich hoffe, das Video hat euch... paar Tipps gegeben. Also wirklich keinem den Account geben. Außer... Ihr vertraut ihm sowas von. Also da müsst ihr mindestens schon... Zwei, drei Monate mit ihm gespielt haben im Team und... Ach, gebt einfach keinem euer... Eure Account Daten. Nur vielleicht eurem Freund, den ihr persönlich kennt. Aber sonst keinem. Es darf nicht wieder vorkommen, dass sowas passiert. Aber das wird jeden Tag natürlich passieren. Das ist ja logisch. Aber bitte versprecht mir, gebt keine... Eure Account Daten. Nicht mal eurer Mutter. Nein. Keinem. Die wird den Account sofort löschen. Die wird bestimmt sagen... Du zuckst zu viel. Ja, okay. Das war schon zu viel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich in der Woche wieder. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.